1.500 Volkssportler sind trotz des Dauerregens in Kell am See die 5, 10 und 20 Kilometer langen Wanderwege der internationalen Volkswanderung IVV gegangen. Bereits zum 24. Mal veranstalteten die Wanderfreunde Kell am See eine solche Wanderung. Start und Ziel der Sportveranstaltung war die Kultur- und Sporthalle, in deren innerem reges Treiben angesagt war. Meldungen zur Teilnahme gab es dort ebenso wie Gelegenheiten zum gemütlichen Beisammensein. Zufriedenheit herrschte auch bei den Sportlern. International war die Veranstaltung allemal. Teilnehmer aus Frankreich, Luxemburg, Deutschland und Belgien legten an vier Kontrollstellen ihre Startkarten vor. Per Eintrag wurde das Passieren bestätigt. Im persönlichen Wertungsheft findet der IVV-Wertungsstempel als Nachweis für die absolvierte Wanderung seinen Platz. Denn die Teilnahme an der Veranstaltung, die für den Sanitätsdienst des Ortsverbandes des Deutschen Roten Kreuzes Kell am See ohne Vorfälle blieb, wird für das internationale Volkssportabzeichen gewertet.